hallo herzlich willkommen ihr habt euch sicherlich gewundert am mittwoch ist keine challenge rausgekommen am freitag auch kein vlog ganz einfach warum ja die tollen tage mensch war karneval feiern hatte ich keine zeit für müsste mich entschuldigen wir haben uns alles mal so ein bisschen geändert und zwar startet jetzt jeden montag ein neues gaming video und freitags jetzt wieder pünktlich der flock ich habe mir ja ich war am karneval unterwegs war fast noch war ich unterwegs in einer alten heimat und so habt ihr mir auch feedbacks gekriegt und geben glaube ich machen wir besser gegen starten wir jetzt wirklich jeden montag mit der challenge muss ich euch sagen das verfahren wir mal eine challenge raushauen einfach so weil wir bock drauf haben aber wir setzen uns nicht mal auf dem mittwoch fest also schaltet euch ein lasst mir den daumen hoch da abonniert mich dann wisst ihr ganz genau wann irgendwas neu startet und jetzt habe ich mir gedacht zocken wir noch ohne fortnight neue season neues glück immer gespannt wenn ich doch noch eine zocker queen wir schauen mal nein du musst direkt drücken kreis 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 3 ja sehr gut was lachst du ich bin dankjeldig voll geil das ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich schnell das zwingen oder so man weiß es nicht ja die ohren passt auch läuft ich bin ja auch krank für mitleid haben ich habe grippe ganz schlimm ich habe nicht corona oder so ich habe krüppe ich habe mir jetzt mal überlegt läuft 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 wo muss ich denn gehen? ja kannst du dir aussuchen ich dachte mir das aussuchen diesmal geil läuft verdammt ich habe so einen blöden kuffer da nicht das ist neu ich wollte schon sagen das ist ballast merkst du selber ne und aber mary poppets ist immer da mary poppets hat einen goldenen schirm bekommen oh geil ja das ist der neue gewinner gleiter gewinner ja ich bin gewinner erseelt wer macht hab ich ja gemacht das ist mir doch egal ob du das gemacht hast ich würde mir jetzt mal eine waffe suchen alter geh mir doch nicht zurück ich muss erst mal gucken wo ich bin ach guck mal das ist genau so schönes Wetter wie draußen komm wir starten einfach mal da rüber was habe ich da eigentlich hier? was ist da eigentlich? was? ja was ich da in der Hand habe das sieht aus wie so eine Filmutensilie das ist eine Spitzhacke ja das ist auch eine komische Spitzhacke ich bin da guck ich will da in das Haus da das sind mehrere das ist mir doch egal ich will aber in ein ganz bestimmtes ich hab mal so angeguckt steht doch da noch ein Eingang ja komm ich leg jetzt auch mal nicht so schnell ich weiß nur wo ich da hin würde ich such den Eingang aber halt ist der H also hinter dir Ja, ich geh doch hinter mir! Ich muss mich erst mal drehen, Mensch! Kann aber mal anstrengen. Oh ne, die gehen da noch. Jesus! Viereck. Ja, kannst du auch einfach abbauen. Ja, läuft! Gehst du? Wo greifst du sinnlos weiten? Läuft bei mir! Weil ich Muckis habe. Läuft! Warte, dann werde ich mal wieder drehen. Koordinationsstörung hat man da halt gemacht. Wie macht denn die immer alle das so schnell? Alter, da will ich hin. Da will ich hin. Nimm mich auch. Ach, geht mir doch einfach da her. Was war das? Zone. Wo bin ich da? Alter, was ist denn mit mir los? Das ist nicht so. Ja, ich schlafe rückwärts. Ich schlafe gerne. Ich schlafe voll gerne rückwärts. Ich bin schon als Kind immer auch voll gerne rückwärts. Was passiert denn jetzt? Das ist noch nie passiert. Was kommt da an? Ja, weil du mal vorher rausgegangen bist. Lass dich da drinnen einfach sterben. Ich will aber nicht sterben. Doch. Alter, nimm mir auch den Sack. Ich such dir Waffen. Ich such dir Waffen. Ich such doch schon, Alter. Nimm die hinter dir. Alter, ich kann nicht... Und die Munition auch. Und wo ist die denn? Kreis. Alter, überfordere mich doch nicht, Mensch. Warte mal da rein. Oh nein, warte mal rein. Ah ne, die Karte brauche ich nicht dafür. Sepp Öse. Wo ist denn jetzt mein Hackenteil, dieses Bums da wieder? Da warte doch, da warte doch, da warte doch. Ne. Warte mal, es kommt jetzt nicht. Klar, wer lesen kann, ist ein kleines Vorteil. Mächstes selber, oder? Läuft bei euch. Wenn ich heute brauche. Warte mal, spring da rüber. Spring doch mal. Da kommst du nicht durch. Und jetzt? Tschüss. Was tschüss? Tschüss. Tschüss. Alter, was ist das denn? Was war das denn? Den hab ich noch nie gehabt. Was war das denn? Du bist halt tot, ne? Ich bin nicht so, ich komm wieder. Ich hab dich gewarnt. Ich hab mir einen Arsch, ey. Ups. Das passt doch. Oh, 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 oh. Da kommt was, da kommt was. Oh, Mädchen, dreh dich doch mal richtig rum, Mensch. Alter, ich kann nicht. Alter, ich kann mich nicht drehen! Alter! 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 Maus! Hier! Ilse! Warte mal, ich schieße dich noch mal. Anderes nehmen. Was anderes? Ne Waffe. Übern Anständen da! Was ist das? Wieder zurück. Auch das andere. Ja, das. Nimm das einfach. Wie schieße ich jetzt? Nimm das jetzt einfach. Ich muss aber erschießen können! R2. Wo ist das? Alter, jetzt bin ich tot! Mal einfach gucken. Hab schon gefunden. Hab schon gefunden. Alles gut, ich hab's gefunden. Nee, gar nicht! Alter, ich sag ja. Doch! Drück R2! Stopp! Drücken! Ja, drück ich doch! Ja, ich war grad einfach die falsche Waffe. Äh, die falsche Taste, die du gedrückt hast, ne? Also es gibt keine falschen Tasten, ne? Doch, du hast Elze. Ja, es ist so wie keine schlechte Kleidung. Gibt's auch nicht. Nur Scheißwässer. Da sind Gegner vor dir. Vielleicht kannst du die erschießen. Man weiß es nicht. Wie kommst du auch? Ich spring. Alter! Alter! Alter, damit du ihn drehst. Dreh dich um, lass mich zu tun. Ilse! Mal! Guck mal, ganz hochgehen. Ach, Ilse, du hast nicht zu weit gedreht, Mensch! Du musst sagen, ja, toll! Jetzt falle ich da runter, wie ich war tot, ne? Also, auf! Wir springen und drücken X! X, 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 X! Ja! Du hast überlebt! Ah! Guck, Alter! Ich kann das nicht. Jetzt bist du auch mal wieder tot. Du musst auch schießen. Ich hab' nicht! Alter! Ich hab' geschossen! Ich hab' geschossen! Aber warum macht ihr das denn? Wo kommt der denn denn? Er geht da mal da hinten! Was ist das denn hier? Möchtest du etwa mal über die Map laufen? So, ohne dass sich jemand umbringt? Nicht da rein! Warum, ne? Da stirbst du! Warum? Weil du da stirbst! Das ist die Sohn! Geh rein! Das ist der Sturm! Geh rein! Guck's dir an! Geh da rein! Kann ich mal rausgehen? Kann man da rausgehen? Kann man da rausgehen? Kann man da rausgehen? Ich bist du alt! Okay, ich will einfach gucken und dann geht er weg! Lauf! Okay, lauf! Du stirbst grad! Siehst, dass dein HP runter geht, na? Ich will wieder zurück! Ich lauf doch schon, Mensch! Ich laufe! Ach, ich hab' nicht gereistet! Mal! Wissen du, was denn ist? Das ist der Funke immer richtig mal gerade! Das Backpack, was du hast, ist sogar noch von der Funkel-Spezialistin! Ist das schon mal hin? Da ist einer! Da ist einer! Das ist einer! Das ist einer aus deinem Team! Was war da? Die mit dem Pfeil sind aus deinem Team! Ach so! Also warum sagt mir das keiner? Ja! Ich bin doch nicht so weit gekommen! Ja, das ist ja! Ha! Nehmen wir deine Nacht mit! Genau, so, 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 so! Bist du? Irgendwie! Ich nehm' einfach alles mit! Das ist nicht! Ich nehm' einfach alles mit! Alles, was da rauskommt! Alles, was da rauskommt! Alles, was da rauskommt! Alles, was da rauskommt! Ja, wir lachen dich! Weißt du, was für Schmerz? Als, dann werden wir mich eben schon wieder töten! Oh, was ist das denn jetzt? Krall jetzt! Alter, ich bin jetzt nicht schon wieder tot, oder? Doch! Alter, wie kann man mich bitte erschießen? Wenn ich gar nicht da richtig da drinne war, da! Nur aus! Wir wissen ganz genau! Ich kann mich nicht so schnell drehen, Mensch! Das rest ist Alkohol! Wie? Ja! Dann muss ich jetzt die ganze Woche, muss ich die ganze Woche fleißig lernen! Und dann bin ich auch noch weiter vom Alter! Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja! Ich muss erstmal hinkommen! Wenn der sich schneller dreht als ich, geht das wieder! Bei mir drehen sich immer alle schneller als ich! Ja! Das machst du selber, ne? Jo! Wann hab ich schneller jetzt mit deine Hand! Ja, hör auf mal auf! Und jetzt? Ich bin einfach voll dran und guck mal dran! Mein Gott! Huch! Ah! Ja! Kann ich jetzt mehr? Ja! Ah! Ich helde noch! Lauf bei mir! Lauf! Was ist jetzt?! Ich hab nichts gemacht, aber ich war voll gut! Ich bin voll gut! Ja, wunderbar! Mann, was bin ich gut! Boah, bin ich gut! Ich hab'n Sieg mehr, Mensch! Ich bin voll gut! Das war'n groben Kein! Keine, da haben Anderen, die geholfen! Das ist mir doch egal! Sieg ist... Alter, wie geil ist das? Ihr habt's gesehen! Epischer Sieg! Ob das jetzt hier... In der ganzen Gruppe dabei ist mir scheißegal! Ich verzeih'n der Gruppe! Ich hab'n gewonnen! Also! Weil's mir Spaß gemacht hat! Schaut doch nächste Woche! Schaut doch nächste Woche wieder vorbei! Und lasst mir endlich'n Abo und die Daumen hoch da! Haut rein! Bis nächste Woche! Ciao!